Hallöchen, ihr liebt! Herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir sind auf der Heimreise, auf dem Heimweg. Unsere Seemotte wurde verjausnet, aber wir haben das Fisch ordentlich mal eine auf die Gosch gegeben, das ist das Dreckige. Und ich möchte nach Hause, ich möchte eine neue Seemotte bauen, weil wir haben Upgrades, aus irgendeinem Grund haben wir einen Haufen Upgrades zu bekommen, und die wir uns aber bauen dürfen. Energiezelle. Lord! Und, ja, ich habe auch schon ein weiteres Teil für den Zyklopen gefunden, einmal zum Scannen. Ich hoffe, da gibt es noch mehr davon. Und, ja, ich bin ein wenig aufgelegt, im positiven Sinne. Also, ja, alles gut. So. Sachen gibt's. Glaubt mir kein Mensch. So. Ich beute hier mal alles aus in der Gegend. Ich räume hier alles aus. So, ich beute, ich beute alles aus. Das ist ja kein Deutsch. Naja, egal. Also, auf jeden Fall, ich, äh, schaue mich hier kurz mal ein bisschen um. Desinfiziertes Wasser. Wasser gibt's dir in Hülle und Fülle. Ich werde ein bisschen die Tarn wegschmeißen, damit das Wasser hier Platz hat. Was war das jetzt gerade? Egal. Meinen Scanner mache ich auch gleich bereit. Alter, ich kriege da schon leichte nervliche Zustände. Dieses riesen Oschi-Fiech geht mir echt auf den Keks. Muss ich wirklich schon sagen. Metallschrott, Metallschrott, Metallschrott. Und Luft holen inzwischen. So. Und weiter. Hier haben wir halt recht gute Chancen, dass wir noch Teile für den Zyklopen finden. Wie es denn anscheinend danach hat. Weil so ein Bio-Blabla. Na, wie ging das? Nicht Bio. Wie hier ist das drum? Äh. Brückenbauplan. Genau. Da haben wir so einen drum gefunden. Und ich habe halt noch die leise Hoffnung, dass wir auch noch den nächsten, den dritten Teil dafür finden, wenn wir uns hier ein bisschen umschauen. Natürlich besteht jetzt immer die Gefahr, dass uns dieses riesen Viech wegfrisst. Aber no risk, no fun. Schleich dich. Wir sind halt jetzt leider Gottes sehr langsam, weil unsere kleine süße Seemotte verspeist worden ist. Aber wir werden uns wieder eine neue bauen. ist das was? Okay, na. Wir werden uns auf jeden Fall eine neue bauen. Ich will jetzt nur noch mein Glück ein bisschen auf die Probe stellen. Und hoffen, dass ich noch ein, äh, ein Trumpf für den Zyklopen fertig kriege. Also zum Scannen halt, ne? dass wir noch was bauen können. Da drüben wäre sowieso ein Frack. Könnte man schon Glück haben. Vielleicht war ich da jetzt auch schon mal. Ich hab keine Ahnung. Könnte leicht möglich sein. Hier ist nix drin. Ich glaub, da war ich vorhin schon, ne? Ich, ja, ah, Bürostuhl. Schau mal. Tada! Jaja, da war ich. Nur irgendwie ging der Sessel nicht zum Scannen. Ah, da waren wir schon. Okay. So. In der Nähe von der Aurora. So. Sollte ich vielleicht noch mal Glück haben. Ich mach mal kurz aufsitzier. Dann mach mal noch mal ab. Ui, 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 ui. Und schauen, dass hier noch mal diese Schrottteile an. Vielleicht hab ich ja so ein riesen Glück. Und wir kriegen wirklich noch was für den Zyklo. Das wär echt fantastisch. Aber ich fürchte, es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass ich jetzt nach Hause gehen muss, mit neuen Seemot bauen muss, mit besseren Upgrades, weil wir können jetzt auch schon Stufe 3 bei der Tiefe eingeben. Hatten wir vor schon Stufe 3 oder war das Stufe 2? Bin mir jetzt grad nicht sicher. Auf jeden Fall, Stufe 3 wäre möglich. Die kommt natürlich dann auch rein, wird man noch tiefer tauchen können. Ich hoffe, dass ich da irgendwie auch was Energie transmitte, müsste man glaube ich schon können. Ich hoffe, dass ich dann irgendwas lernen kann, kriegen kann, dass sie bessere Panzerung hat oder so oder so eine Art Daser ist vielleicht, wenn jemand schnapp zubeißen möchte, dass er einen Stromschlag kriegt, dass man vielleicht dadurch auch besiegen kann. Auf jeden Fall, die Torpedo-Geschichte ist was Wichtiges. Die werden wir auf jeden Fall einbauen. Darüber war ich schon. Ich glaube, jetzt wege ich mich nur mehr im Kreis herum. Ein bisschen Luft holen. Werde denn jetzt mal einen Rund Gang, meinen Rund Schwimmgang um die Aurora beenden und hoffen, dass wir, wie gesagt, nochmal was für den Zyklopen kriegen und dann bauen wir uns so schnell wie möglich nochmal die Seemotte in aufgemotzter Form. Nussalz, ein bisschen Quarz. Die Viecher da nerven. Zum Aushalten bald, echt. Ja, ja, du mich auch. So. Hier ist natürlich auch nur Schrott. Also hier, das wahrscheinlich auch. Jawohl. Hier haben wir scheinbar auch nichts Vernünftiges außer Schrott. Boomerang-Fisch. Aber man darf manchmal nicht aufgehen. Man muss halt wirklich ein paar Kilometer schwimmen, um zu seinem gewünschten Erfolg zu kommen. Hä? Was war das? Halt, da war irgendwo ein Viech. Da geht uns mit der Traum nicht mehr. Aber wer war das? Was tut das? Boomerang-Fisch? Den hab ich nicht gescannt. Einheimische Lebensform. Boomerang-Fisch. Oder hat es eine Begurteilung essbar? Hä? Komm mir jetzt ja gerade nicht mit. Gut, wir brauchen jetzt wieder unsere Taschenlampe. So, bitte. Danke. Ich sehe überhaupt nichts mehr. So. Luft brauche ich noch keine. Noch nicht, noch nicht. Noch brauche ich keine. Keine Luft. Metallschrötchen. Hier ist es noch. Metallschrötchen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, alle Zyklopenteile. Hände hoch. Ja, war so klar. Nie macht jemand mit. Fürchterlich. Was haben wir da? Nichts. Steinchen. Versorgungskistchen. Das heißt, ich war hier schon mal. Hier unten wäre es wahrscheinlich noch interessant. Jetzt brauche ich dann wirklich bald Luft. Jetzt wird es dann bald knapp. Ja, gut. Das dauert jetzt schon etwas lang. Werde ich mich jetzt dann wohl bald möglichst auf den Heimweg bannen. Da hätte ich noch eine Kiste. Höher. Mit einem Medikid. Ja. Ja. So. Passt. Ja. Da unter der Aurora schau ich nochmal nach. Und dann kehren wir nach Hause zurück. Ja. Schön langsam. Moment ich glaube wir gehen bald fertig. Dann müsste es schon klappen. So. es gibt halt leider sehr viel zu entdecken. Oh je. Oh je. Oh je. Da rumpelst du. So. Ja. Hier ist soweit auch nix. Hier haben wir nochmal Spottteilen. Ja ja. Passt. Hier ist auch nix von Bedeutung. Drüben vielleicht noch könnte ich mir vorstellen dass was wäre. Naja. Hier sind die komischen Käfer wieder. Aber dann ist glaube ich auch gut. Ja. 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 ich glaube sowieso hier war ich glaube ich eh schon mal mit der Seemotte glaube ich. Zeitverschwendung. Ist glaube ich Zeitverschwendung. So. Komme ich jetzt wieder raus. Das wäre ganz besonders super. Ja. 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 kommen wir schon raus. Okay. Jo. Da hilft mir nix anders. Da muss ich jetzt schauen dass ich wieder zu einer Seemotte komme und dann besser. Dann kann ich besser die Sachen durchsuchen. Ich würde sagen wir schwimmen nach Hause. Das dauert jetzt eh 15 Minuten. Mindest. Ah weh. Ach Gottchen. So. Wie viel sind das? 1000? Kilometer. Gott sei Dank. Eh nur. Alter Schwere. Na gut. Grüße mich mal lieber mit einem Messer aus. So. Dann versuchen wir uns wirklich nach Hause zu kommen. Scheiß dich und gut. Echt. Mit der Motte war es halt echt kein Motte. Ja. Pech gehabt. So ja. Sobald wir zu Hause sind fangen wir an unsere Motte neu zu bauen. Ich hoffe ich habe genug Materialien sonst muss ich nach vor auf Material Suche gehen. Dann brauchen wir die Materialien für die einzelnen Mods. für die Motte. Dann werden wir eine pipifeine spitzenmäßige Seemotte haben. Da unten ist er. Mist bin. Also den Iron Man möchte ich mal sagen. Unser Figürchen hier wird den Iron Man mit Leichtigkeit schaffen. Leichtigkeit. Es ist unglaublich. Ich glaube wenn ich den Mehrzweckraum habe singe ich ein kleines Halleluja. Nur für mich allein. Können wir endlich mal ein Schlafzimmer einrichten und so weiter. Das wird schon tun. Dauert halt nur noch ein bisschen. Wie weit ist es noch? 500 Meter. Sehr gut. Ich habe jetzt auch gehofft gehabt dass das Viech ich meine ich gehofft ja ich habe gehofft dass es die Seemotte nicht tötet also nicht weg frisst ich habe mich nicht getraut zur Motte zu spüren sie zu reparieren ich hatte so Schiss vor den Fisch oh Gott ich habe ihm weh getan ich habe unsere Motte gerecht ich muss sagen unser unser neues Messerchen da ganz Ordnung so gleich haben wir's gleich haben wir's der arme Kerl oh mein Gott ich muss einmal rundherum auf der Seite bin ich schneller wenn ich auf der Seite oder auf der Seite egal kann ich quasi über den Strand laufen ist auch lust glaube ich so bin ich glaube ich schneller ach du heiliges Knobrohr so hui 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 hu 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 siehst du sind wir schon zu Hause so so einmal rein in die gute Stimme servus so dann hau mal das Titan rein so ach das Medikit nicht mehr so hier ist eh nichts passiert die Batterie hier ist auch fertig haben wir eine leere ja so das geht echt gut muss ich sagen gefällt mir ist die auch leer na Energiezell ist voll passt weil die brauche ich jetzt eh gleich so gut ähm 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 seemote seemote seemoten sonar ein dediziertes System zur Ermittlung von Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige also so hat es keinen Raum denke ich mal das Torpedosystem kriegt es auf jeden Fall das Abwehrsystem hat ihn überhaupt nicht hingehaut generiert ein örtlich begrenztes elektrisches Feld um aggressive Gegner abzuwehren das ist irgendwie nett Fachmodul kompatibel mit Seemot und Krebs ah das ist aber super Rumpfpanzerung habe ich eh alles härtet das härtet das Chassis vorbeugend vor Aufprall verhindert Schäden unter normalen Bedingungen kompatibel mit Seemote und Krebs Maschineneffizienzmodul von Energiefrust mit Reduzierung von Energiefrust haben wir das Solar ja passt gut das zu dem so jetzt muss ich noch wissen wie ich jetzt meine Seemote wieder baue das war glaube ich oben beim bei der mobilen Fahrzeugstation glaube ich kommt mir vor muss ich mal kurz raufschauen die Motte war oben zu bauen schauen mal kurz rauf was sie braucht dann baue ich mir gleich eine neue ich brauche eine neue Motte bitte Zyklopseemote Titan, Pan, Glas, Schmierstoff, Blei und Energiezelle haben wir alles da wunderbar muss ich nur schnell holen gehen Schmierstoff habe ich sowieso auf Vorrat Energiezelle dann den Quarz also Quarz brauche ich für Glas ne? eins, zwei, drei, vier das passt genau dann bin ich hier mal fertig dann haben wir hier Blei nehme ich gleich zwei mit ich glaube zwei waren es äh passt was war hier noch schnell drin ach so nur mehr Salz da könnte ich das Salz mal reinschmeißen weil Wasser habe ich genug Medikit auch mal eins Schmierdingens brauche ich genau was war noch Titanbaren einer glaube ich ne? eins, zwei, drei vier glaube ich war ein Titanbaren oder? fünf, sechs, sieben acht, neun, zehn ich glaube da war irgendwas mit zehn lass mich mal kurz überlegen oder mal schauen wie war das? zehn war ich jawohl, ich habe mich richtig erinnert dann Klaas ich habe garantiert irgendwas vergessen das ist für mich normal darum schaue ich jetzt nochmal drauf was ich brauche im Optimalfall habe ich alles mit aber das glaube ich weniger so oh ist er naja ich habe tatsächlich auf alles gedacht wow bitte bauen sie mir die Seemotte das ist so cool klatsch sehr gut da ist sie ja mein Schatzi hallo seemotte Nummer zwei ja ich habe zu danken also dass es dich wieder gibt mein Schatz so und jetzt wirst du dann aufgepinnt hochgehoben jetzt muss ich doch glatt einmal schauen hier hat sie jetzt vier Fächer hat sie auf der anderen Seite auch nochmal vier das war fehl hat sie auf der Seite auch vier na das wäre cool gewesen aber wahrscheinlich kommt hier das Fach hin kann ich mir vorstellen gut so als nächstes äh das kann ich so glaube ich nicht bauen da brauche ich da muss ich mir jetzt das hier anschauen so und zwar ich brauche ich möchte gerne haben das hier einmal ah da brauche ich das Zweiermodul zum Dreier zu machen okay und hier brauche ich das Einser ach ich muss doch gut also wir brauchen das Einser das ist wo bitteschön Seemutterstufe eins da wo weiter unten vielleicht da die Tarnbahnen und zwei Stück Glas die Tarnbahnen und zwei Stück Glas okay Tarnbahnen zwei Stück Glas das heißt wieder zehnmal die Tarn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so hoppereich verdrückt mich schon wieder und Glas in Form von Quartz eins zwei drei vier und bauen ja sofort so zack und zack und zack so dann so Werkzeuge Taschen nein um Gottes Willen dann würde ich sagen wir trinken mal was bevor wir hier eh nur noch dazuschnitzt gehör schon besser gut dann muss ich mir jetzt überlegen war das hier zu bauen sonstiges na das war jetzt nur rein die Behausung jo was hat mit dem nichts zu tun war das dann verdammt wo war das dann zu bauen Fabrikator oder muss ich da wieder rauf zur mobilen Fahrzeugstation direkt ich probier's mal ich geh mal rauf ich glaub das war oben zum bauen bin mir nicht mehr sicher da 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 wuff die wuff so und na hä wie war das zum bauen war das dann doch mit den Konstruktions na das geht ja nicht da baue ich ja nix ach scheißlich wie war denn das es gibt so viele Möglichkeiten Fahrzeugerweiterungen wie war denn das brauche ich da jetzt vielleicht sogar noch eine eigene Werkbank dafür das vielleicht die hier ha 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 der ist es 2 3 ok aber erst bei 2 und 3 nicht die erste Stufe nicht die erste Stufe scheißlich nur gut da bin ich jetzt überfragt wie Fahrzeugerweiterungen wie kann ich das bauen oh 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 je Fahrzeugerweiterungen gibt's auch schon eine eigene Werkbank für den Schmarrn kann ich mir richtig richtig gut vorstellen auf jeden Fall den Bürostuhl haben wir gefunden die Landpflanze Fahrzeugerweiterungskonsole ding 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 da 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 ist schon Inneneinrichtung großartig Titan Computerchip und Kupferdraht ok ich hab zu wenig Titanbahn ich lach mir schon selber aus ich hab nämlich nur mehr 2 Stück das heißt ich muss mir schnell noch was holen Alter da ist so finster so ich brauch einen Metallschrott sollte eh nicht weit weg sein wahrscheinlich da oben bin ich schneller als wenn ich runtertauche ja also Titan brauche ich Computerchip und Kupferdraht gut dann hoffe ich dass die Konsole nicht zu groß ist Köln 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 das ist Prozent Prozent Jahr ich versuche den Klubschen zu fangen schließlich ich besuche hier so fürs Essen später ähm Metallschrott wär super ja Metallschrott wär ganz super wahrscheinlich hieß sie wieder keines darf hier lecker essen hallo hallo kein Glück da muss ich Erzbaum ich hab jetzt echt kein Glück sonst liegt das tonnenweise hier ja das suchst du geht ja einfach gut zureden da vorn hab schon was Gott sei Dank ich hab schon was du zahlst nämlich dann auch gleich mit wenn ich schon hier bin so Gott sei Dank noch ein zweites wenn es gibt zufällig jawohl sind sogar dann drei insgesamt fast genug hab nach Hause so der Part ist ja auch schon zu Ende na gut ich würde sagen lass was für heute ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Abend je nachdem wenn ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi